Heute hat es der Matthias endlich geschafft. Es geht endlich um Papageien. Ja, und ich habe auch einen mitgebracht, und zwar die Rubin. Das ist eine von 25 Papageienarten, die wir hier im Karlsruher Zoo pflegen. Und die Rubin, die hat ein ganz besonderes Schicksal hinter sich. Willst du wissen was? Natürlich. Natürlich. Ich kann hier im Freien stehen, weil die Rubin nicht fliegen kann. Die Rubin ist eigentlich ein hellroter Ara, aber was auffällt, natürlich schöne Farben, aber sie hat kein komplettes Gefieder. Das heißt, der Schwanz fehlt. Und nicht nur der Schwanz, sondern auch ein paar Schwungfedern. Und die Rubin, die war lange Jahre, über 20 Jahre, allein gehalten. Und das macht man nicht mehr mit Papageien. Papageien sind sehr soziale Lebewesen, die müssen immer zu zweit eigentlich gehalten werden, mindestens. Und wenn sie alleine gehalten werden, dann kann es Verhaltensstörungen geben. Und die resultieren oftmals darin, dass sie eben anfangen, sich das Gefieder zu rupfen. Und das hat Rubin getan, hat ein paar Schwungfedern rausgeropft, die dann auch nicht mehr nachgewachsen sind, weil sie die Federvollikel auch kaputt gemacht hat. Genauso mit dem Schwanz. Dennoch, sie hat das Kleingefieder in Ruhe gelassen. Deswegen sieht es eigentlich noch relativ schön aus. Und die ist auch vor allem lieb. Ich habe jetzt im Moment keinen Partner für sie, aber wir sind auf der Suche. Und das soll so eine kleine Suchanzeige auch sein. Wir suchen nämlich einen Partner für die Rubin. Die Rubin ist 23 Jahre alt und sucht ein männliches Gegenstück. Also, wenn es irgendwo einen Mann gibt, der Spaß mit der Rubin hätte, dann einfach mal Telefon nehmen oder mir ein E-Mail schreiben. Wir suchen einen Partner für sie. Ja, also ein paar Schöpfe Papageien haben wir jetzt auch schon aufgemacht. Wenn ihr euch wundert, warum es ab und zu so wackelt, das könnte daran liegen, dass da unten eine Schildkröte versucht, meinen Fuß zu verpaaren. Da braucht also kein Paarschip mehr gesucht werden. Ja, die Schildkröten haben wir genug. Aber sag mal, Papageien sind ja auch hochgradig vom Ausstellen bedroht. Und das gilt ja für alle Arten, oder? Absolut. Wir haben über 400 Papageienarten. Und die Familie der Papageien ist die Vogelfamilie, die die meisten bedrohten Arten innerhalb der Familie hat. Also auch diese hellroten Aras stehen auf Anhang 1 des Washingtoner Artenschutzabkommen. Das heißt, es ist die höchste Kategorie, also wie Nashörner oder Elefanten auch. Genau. Und das sind dann alles Tiere, die auch gezüchtet werden. Heute werden ja so gut wie alle Papageienarten gut in Menschenobhut weitervermehrt. Man braucht auch keine Wildfänge mehr. Gott sei Dank sind die Zeiten vorbei. Ich bin ja so alt, dass ich mich natürlich noch erinnern kann. Vor ein paar Jahrzehnten war es wirklich so. Es wurden Zehntausende, Hunderttausende von wildgefangenen Papageien nach Deutschland importiert. Nicht nur nach Deutschland, nach Europa, nach Amerika, überall hin. Und das war ein richtiger Raubbau an der Natur. Aber inzwischen werden viele Papageienarten gezüchtet. Und das ist auch gut so. Und es gibt viele engagierte Privathalter, die ganz tolle Zuchten haben. Aber auch in den Zoos haben sich sehr schöne Populationen stabilisiert von vielen bedrohten Papageienarten. Und es gibt ja auch schon Beispiele für Auswilderungsprojekte. Es gibt auch Beispiele für Auswilderungsprojekte. In meiner Zeit im Loro Park, da haben wir natürlich auch viele hochbedrohte Papageienarten gezüchtet. Und inzwischen konnten wir auch dort sechs Lier-Aras beispielsweise wieder zurück nach Brasilien bringen. Ich erinnere mich auch immer gern an diese fünf Spix-Aras, die ich von Hand aufgezogen habe. Das war damals wirklich eine tolle Zeit. Seit 2004 ist es uns gelungen, das erste Küken zu bekommen. Und der Spix-Ara, die erste, die Arabella, die hat mich auch zu Frank Elstner gebracht. Ich würde gerade sagen, da entstand die Freundschaft. Genau, der hat mich damals in seine Sendung Menschen der Woche eingeladen. Da haben wir uns kennengelernt. Und ich habe ihn damals nach Teneriffa eingeladen. Gucken Sie sich das mal an, habe ich gesagt. Und das hat er gemacht. Und ja, seither sind wir Freunde. Und das hat uns doch durch die Welt gebracht. Und einfach auch uns drei zusammengebracht. Denn zu dritt von unterschiedlichen Positionen aus, sich für bedrohte Tiere einzusetzen, das ist natürlich toll. Das gibt Synergieeffekte. Und die können wir natürlich auch immer wieder zeigen und nützlich für bedrohte Tierarten einsetzen. Das ist wirklich was ganz einzigartiges im deutschen Fernsehen, dass wir drei hier schon so lange durch die Weltgeschichte reisen, immer mit dem Ziel, den Tieren und den Menschen vor Ort, die sich für die Tiere einsetzen, ein Sprachrohr zu geben nach Deutschland. Und was wir da in den Jahren gesehen haben und was wir auch erreicht haben an Spenden, auch die dann letztendlich zusammengekommen sind für die Projekte, egal ob es jetzt um Orarutans, Koalas, Elefanten oder Papageien ging, das ist schon bemerkenswert. Und das zeigt auch, manchmal kann Fernsehen doch was bewirken. Tja, mit dem entsprechenden Know-how aus den Zoos und mit der entsprechenden Prominenz eines Frank-Eltners. Das zusammen gibt Synergieeffekte, die sind einmalig.